Im Büro Puskal decken wir alle landschaftsplanerischen Leistungen ab, von der übergeordneten Planung, Landschaftsrahmenpläne beispielsweise bis zu Landschaftspläne, Landschaftspflegerisch-Begleitpläne, Umweltprüfungen, Grünordnungspläne, dann auch die Artenschutzprüfungen. Wir haben Biologen mit im Team. Dann gehen wir weiter in die Freianlagenplanung, planen und begleiten das auf der Baustelle inklusive Bauleitung. Und nicht zuletzt die seit etlichen Jahren jetzt auch geforderte Umweltbaubegleitung. Das Büro Pustal wurde im November 2011 beauftragt, für das geplante Hotel Neubau Achalm in Reutlingen die Umweltprüfung zu machen. Es musste ein Bebauungsplan aufgestellt werden und wir haben dann die Umweltprüfung eben entsprechend durchgeführt. Also hier war eben die Situation, dass Schutzgebiete angrenzen. Wir mussten die Schutzgüter, die Umweltmedien umfassend analysieren. Das Thema Artenschutz spielte eine große Rolle, also in dem Fall Fledermäuse und auch Hirschkäfer vorkommen. Das Ganze haben wir bearbeitet und haben dann im Folgejahr, nachdem das im September 2012 genehmigt worden ist, den Folgeauftrag bekommen, die Freianlagen entsprechend umzusetzen und zu realisieren. Das Ganze ist ein Bebauungsplan. 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 Vielen Dank.